Schau mal, ich hab den Teppich ausgetauscht. Ja, es sieht super aus. Was war das Geräusch? Oh, das ist mein neues Zählgerät. Es macht immer so ein Ding-Geräusch, wenn jemand das Video liked. Guck, jemand hat das Video geliked. Oh, es fängt an, ganz schön schnell zu werden. Ähm, ja, ganz schön viele Leute haben jetzt angefangen, das Video hier zu liken. Vielleicht sollten wir lieber in mein Zimmer gehen. Ähm, ja, ich denk, das wär besser. Oh man, endlich ist die Ruhe eingekehrt. Hm, dein Zimmer ist ganz schön langweilig. Ähm, nein, wieso? Ich hab einen neuen Wecker bekommen. Schau. Äh, Leia, hat dein Ohr grad gefurzt? Äh, ja, das Geräusch kommt immer, wenn jemand abonniert. Oh cool, oh man, die ganzen Leute fangen jetzt an zu abonnieren. Bist du dir sicher, dass du heute Nacht schlafen kannst? Natürlich. Oh man.